Der YouTube-Algorithmus mag mich nicht. Ja, ich schlage mich selbst. Aua, das wird ein roter Fleck werden. Warum mag der YouTube-Algorithmus mich nicht und sortiert dieses Video gnadenlos aus? Warum tut er das? Warum hasst mich der YouTube-Algorithmus? Ich verstehe das nicht. Der YouTube-Algorithmus ist schuld, dass dieses Video nicht gesehen wird. Nein, dieses Video wird auf der Startseite gar nicht erst angezeigt. Nein, tut er nicht. Der YouTube-Algorithmus, das sage ich euch, der befördert dieses Video ins Felsall, da ganz nach oben. Ich verstehe nicht, warum der YouTube-Algorithmus das war. Aua, das hat wehgetan. Der YouTube-Algorithmus ist so fies zu mir. Ich habe es dir doch gesagt, dass der YouTube-Algorithmus dieses Video gnadenlos aussortiert. Aber auf mich hörst du ja nicht. Du hast dieses Video hochgeladen und bist jetzt verzweifelt, dass der YouTube-Algorithmus dieses Video ins Weltall befördert. Ja, da hast du vollkommen recht. Der YouTube-Algorithmus, der hat es echt faustig hinter den Ohren. Ja, der sortiert alle Videos von mir aus. Er zeigt sie gar nicht erst auf der Startseite an. Ich verstehe es auch nicht, warum der YouTube-Algorithmus das tut. Nein, das ist mehr als gemein, oder? Ich ziehe mich gerade an. Die Party, auf die ich gehe, ist viel interessanter als der YouTube-Algorithmus. Ja, ich gehe jetzt auf eine Party. Ja, so mache ich das. Ciao. Also ehrlich, der YouTube-Algorithmus, der ist echt so fies zu mir. Ich verstehe das nicht, warum der YouTube-Algorithmus das tut. Nein, irgendetwas habe ich da falsch gemacht, damit der YouTube-Algorithmus dieses Video aussortiert. Der YouTube-Algorithmus befördert dieses Video eher allewegs in den Müll.